Hallo, hier ist euer super toller, super dummer Freund und mit Testplayer Damian. Und ich habe ein Spiel hier, das ist Balloon Tower Defense. Ähm, wir spielen mal auf, weil ich bin so eine... Oh, das ist neu. Ich habe das Spiel schon öfters gespielt, das kann man hier vielleicht sehen. Am Anfang hat man die eigentlich nicht, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich die wegkriegen soll. Und jetzt klatsche ich einfach mal den hier hin und dann starten wir mal die Runde. So, ich muss ihn auf Hartz-T. Wow. Das geht jetzt hier richtig ab. So, da bin ich wieder. Ich werde mal kurz husten. Und ein bisschen reden. Ich führe gerne ein Selbstgespräch mit meinem besseren Ich. Und, 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 und. Puh, Auftragskinder. Dann starten wir mal wieder die Runde. Nebenbei läuft... Ah, nein. Das kann ich jetzt mal sehen. Ah, 13%. Ich leide hier noch meine anderen Videos hoch. Mein anderes. Aber es wird schon da sein, wenn ich das hier raufsteckte. Ja, was soll ich noch viel sagen, außer dass er die hier abschieben soll. Und das Spiel nachher richtig schön brutal wird. Ist das jetzt was? Das ist fast. Komm schon mal. Ich mach's kaputt. Du schaffst das. Super Affen. Monkey Power. Mega Affe. Ja, ich hab mir eigentlich hier gerade ein Spiel ausgesucht, was man nicht mit playen kann. Oder wäre auch schlecht. Oh, jubb, mein Auge. Äh, ja, ist auch schon ziemlich spät. Aber weil es jetzt noch ein bisschen dauert, bis mein Spiel fertig ist. Ja. Oh. Äh, bis das andere Video hochgeladen ist, das dauert noch eine Ewigkeit. Aber ich hoffe, dass ihr die auch finden werdet, neue Videos. Also, wow. Ich dachte so, oh. Das Spiel ist ziemlich sehr geistig hochkomplex. Oh, verdammt, ich wollte ihn doch gar nicht aufrufen. Das ist bestimmt jetzt voll uneffektiv. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber das Spiel ist ein sehr suchtig, haftes Spiel. Ich werde hier bestimmt auch noch 10.000 Folgen machen. Ich weiß jetzt gar nicht wirklich, weil ich angefangen habe. Weil ich kann ja bestimmt nicht sehr viel machen. Komm, so. Jetzt frage ich mich jetzt, was das da ist. Was hier Comics zu gibt. Ich suche mir hier so meine Melodien vom, meine Melodei. Ja. Und warte darauf, bis das hier endlich fertig wird, damit ich noch mehr machen kann. Ich frage mich, was der schafft. Das ist für mich echt mal so eine Frage. Oh, dieses Spiel macht so Spaß. Aber ich hoffe, das Spiel wird noch viel mehr Anhänger finden. Das ist auch irgendwann mal, ich glaube, das ist schon mal richtig, ist schon richtig draußen zum Kaufen. Aber, ja, ich hoffe, dass ich auch weiß, dass es das richtig hier gibt, dass ich richtig schön entladen gehen kann und kaufen kann. Also, ich hoffe, dass ich jetzt nicht so viel mehr. Also, schön alle mal spielen, damit die das alle merken. Damit das ein ganz großer Hype wird. Jetzt zieht das mal aus. 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 das ist ja cool aber der schießt auch ein bisschen merkwürdig finde ich oh das ist ein echt cooles Teil man muss sich halt nur konzentrieren wo man hinschießt und so ich kann länger würden auch zu lange dauern zu hochzuladen da gucken wir mal das nächste Update ist sehr teuer für mich zu teuer ich werde mehrerer das niemand leisten können aber ich finde das Spiel ist so Start-Round solange die Metalldinger noch nicht kommen ich habe das Spiel schon praktisch durchgehabt obwohl man das nicht durchspielen kann dieses urohnige Affenweige Spiel so dann machen wir mal ordentlich spielern ich meine damit Ätten obwohl ich nicht Ätten ich muss ja Himmel hören ich dummerchen ich hoffe das das Spiel ist äußerst die 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 zu die ich das will. Also es wäre mir jetzt einfach die ganze Zeit zu hören oder das Video wegschalten. Oder euch eins von meinen anderen Videos anschauen. Ich hoffe das geht jetzt hier ziemlich mal schneller. Weil ich will noch weiter spielen. Jetzt kämpfe ich auch für die Gerechtigkeit. Ich hoffe ich werde lange überleben damit ich eigentlich viel Spaß zu spielen bringe. Also ich bin jetzt schon auf 20 von 50. Das ist nicht weit. Ich war schon mal bei 80 von 50. Oder noch höher. Aber darauf kommt es ja nicht an. Es soll einfach nur gut sein. Obwohl ich eigentlich voll der schlechte Spieler bin. Ich bin nicht so der Hardcore-Obo-Pro. Ich bin nicht so der Ego-Shooter. Ich kann das nicht so gut wie alle immer. Also es ist ja cool. Das ist das und... ...und... ...und... Ich kann das ja so machen. Ich ja geil. Kannst... ...dawel zu viel auf einmal schießen. I like it! So nächste Runde... ... So, ich hab das Gefühl, ich sollte auch mal Pause machen, weil das Video vielleicht zu lang geht. Also, da kommen noch mehr Teile. Ich mach jetzt immer Tschüssikowski und bye bye.